Da kommen wir auf jeden Fall nicht drüber weg, weil die sieht nicht geil aus. Ich würde gerade sagen, ist die mit dem Baseballschläger rumgelaufen hier oder was? Hi! Hi! Kann ich hier nicht ein Foto machen oder was? Foto! 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 So! Wie gesagt, es tut mir sehr leid mit dem Unterricht immer, dass es so lange dauert. Ich hätte das schon längst alles fertig gemacht hier. Geil! Ich sehe richtig aus wie ein Schüler hier. Hauptsache ich habe Bücher mitgenommen. Was haben wir da unten? Was haben wir da unten? Äh... Nein! Nicht Englisch! Oh, nö! Und dafür habe ich mich nicht vorbereitet, weil ich noch nicht mal weiß, was das jetzt rankommt. Egal. Aber ich dachte, er wäre hier suspendiert oder so? Na ja. Egal. So sieht er wieder ein bisschen wie ein harter Kerl aus. Ah, geil. Ne, komm. Wir fangen mal mit ganz einfachen Wörtern hier an. Ah, ich erkenne das Prinzip. Okay. Okay. Das ist klar. Das läuft auf jeden Fall einen Tanken besser. Das ist richtig! Äh... Ich denke, das ist nicht in der Diktatur. Ich habe Angst, dass das nicht Englisch ist. Äh... Ich wollte doch Geier machen. Geier... Äh... Rei... Das ist äh... Eier... Reis... Ich weiß gar nicht, ob SIE funktioniert. Äh... See... Mh... Äh... Mit vollen Buchstaben noch? Jetzt kann ich nicht schreiben, man so Grieß. Halt die Klappe. Halt's Maul! Nein! Äh... 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 Auf jeden Fall. Greis! Greise vielleicht noch? Funktioniert auch noch. Jetzt bin ich aber gelegen. Keine Ahnung. Äh... Schneise... Funktioniert auch nicht. Reisegriff... Äh... Reise... Riese... Geier... Eier... Reis... Reise... Äh... Keine Ahnung. Äh... Ja... Äh... Genau diese Antwort. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Muss ich gucken. Beim nächsten Mal. Ja... Das ist auch immer blöd mit dem Englischen. Du weißt die Buchstaben nicht. Achja... Ich heiße nicht James. Ich heiße immer noch Jimmy. Du oller Vogel, du. Das war jetzt ein bisschen gemein. Da muss ich ein bisschen vorbereiten. Dann haben wir auf jeden Fall für den nächsten Englischen Unterricht die nächsten Dinger fertig. Ist natürlich ein bisschen gemein. Naja... Haben wir noch ein bisschen Englisch zu tun. Erdkund ist auch so widerliches Fach. Der Rest geht ja. Fotografie, naja, können wir auch noch so ein bisschen miterleben. Geht auch noch. Kunst ist auch so ein bisschen ätzend geworden. Aber sonst der ganz andere Unterricht ist eigentlich nicht ganz okay. Also vom Aufbau her ist es eigentlich so... das Machbare, was man als für Spiel... möglich halten kann. Aber dass man beim Englischen nicht irgendwie einen Tipp bekommt oder so. Oder ansatzweise irgendwie Hilfe bekommt. Nein. Brauchen wir ja nicht. Nein. Gib mir einen Keks, Opa. Okay. Auch. Das ist so... Keine! Das gibt's gern. Also... Das sieht gut aus. Das sind... Ich helfe, überhaupt nicht. Oh, come on, man. With your whiskey breath and your weird manner. You just scream Christmas spirit to me. Of course, I do. But this dump needs to look nice. You leave it to me, Mr. Claus. So, we'll do it again. You have to hang on with me, Mr. Claus. We'll do it again. We'll do it again. We'll do it again. Nice job. Come on. We'll do it again. All the griswomen. We'll do it again. You can get a simple package. The next package is like me. Die gehen doch schnell hier. Komm schon. Äh, da. Ist das nicht Choppers Hund? Oh, gib mir Jungs. Zwerchfell. Wo sind die anderen beiden Sachen da? Wo verfolgt er mich? Was will der von mir, der Hund? Geh weg Hund. Warum nur noch ein Wichtel? Oh, geh endlich. Okay Mann, hier ist all die Dach, die ich gefunden habe. Nice, geh geh, Kind. Ich denke, wir sind gerade bereit für Business. Oh, bei der Wege, du hast eine Kamera, nicht? Ich bin Angst, dass die Elven mich dieses Jahr runterlassen. Ja, ich dachte, dass sie es würden. Keine Worte, ich habe es gekürzt. Gut. Jetzt, geh stand da oben und mach mich, ich meine uns, rich. Ho, ho, ho! Boah, der ist so frappelvoll, der Junge. Ich bin ein Skateboard, Gotti! Ich bin ein Skateboard! Hör mich, old man! Au, ich bin Bunions! Bist du verrückt? Hier. Nein. Äh. Nein. Very red, cool wheel! And grip tape! Very awesome! Yes! Yes, of course! This way! Nein. Ah, da. Mach noch vier Fotos. Alles klar. Ho, ho! Ho, ho! Because this sucks! I never get what I want! I hate it! Oh, yeah! Alright, pose! Nein! I'm lost, Mom! Why should I? You suck! Alright, do your thing! Smile for the camera! Ah. Nein! Ach, wo? Oh, komm schon! Well, at least you're not me! Nein! Ah, da. Erwischt. Alright! Alright, ma-